Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zum Mining Simulator und heute haben wir insgesamt 5000 Robux zur Verfügung, die uns dabei helfen sollen, die Weltrangliste zu erklimmen. Können wir es mithilfe dieser 5000 Robux am Ende schaffen, Platz 1 zu werden? Bleibt gespannt, wir werden es am Ende des Videos wissen. Flankt wir über den Like-Button und viel Spaß. Wir haben 120 Stärke und so ein Mini-Banks fliegt hier mit uns mit und er sagt, wir sollen hier groben. Dann machen wir das mal. Boah, das geht voll schnell, Alter, obwohl ich nur einen Löffel habe. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, wie wahrscheinlich ist ich ein... Ah, ja, da habe ich vier Rainbow-Diamanten bekommen, okay. Okay, wir müssen vier... Ne, wir haben vier Gems verdient. Wir müssen weiter graben, um mehr zu verdienen, sagt der Mini-Benson. Okay, da haben wir weitere acht verdient. Oh, das reicht. Okay, er hat uns teleportiert. Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir ein neues Werkzeug freischalten. Ne, kann ich mir Werkzeuge kaufen. Oh, es reicht leider nur das hier, weil das andere kostet 25, die Diamanten haben will, leider nicht. Oh mein Gott, das war übel, ey. Selten ist das gut. Show me. 15 Prozent, nicht schlecht. Das sollen wir ausrüsten. Das gibt uns deutlich mehr Macht. Okay, aber jetzt habe ich das hier verloren, die Werkzeug-Mining-Kraft, okay. Das heißt, das resettet sich. Das heißt, wir upgraden sozusagen unser Werkzeug, was aktuell ein Löffel ist. So, wer... Der meint, wir haben hier eine Belohnung. Die Hormons, fünf Minuten lag. Zwei... Uh, 2,5 Diamanten. Ich habe eine Menge, ey. Wie lange starte ich denn AFK hier rum? Ich kann fast alles abholen. Geil. Ah, guck mal, jetzt habe ich die hier um mich herumfliegen. Diese Werkzeuge, das sind wie... Ah, das sind wie Haustiere. Jetzt habe ich vier Stück. So, wir sollen jetzt zehn Cryst... Oh, Bruder. Es ist übel schnell. Ich bin OP. Aber ich weiß nicht, was Crystals sind. Das ist, glaube ich, das hier. Crystal-Mining-Kraft. Oder sind das Crystals? Aber sie sehen ein bisschen mehr aus wie Diamonds. Aber könnten natürlich auch Crystals sein. Wir graben erst mal weiter, Leute. Aber wir haben doch eigentlich alle geschafft, oder? Ja, jetzt bin ich aber hier... Oh, guck mal. Jetzt geht es schon fast gar nicht mehr voran, ne? Ich glaube, die 100 holen wir uns noch. Und dann gehen wir mal zurück an die Oberfläche. Weil das... Das kloppt hier schon fast gar nicht mehr. Ich habe halt auch noch gar keine Robux ausgegeben. Ich habe noch 5000 Stück übrig. Was ist das denn? Das ist ein irgendwelche DNA-Schlüssel oder so. Schalte 20 Kisten bei 100 Kisten. Boah, okay, okay, okay. So, wir sollen die zweite Kiste jetzt öffnen. Hier sind wilde Werkzeuge. Die sehen ein bisschen anders aus. Wir gehen rein. Oh, ich habe einen Eimer. Den lila Eimer. Den habe ich mir immer noch gewünscht. Jetzt soll ich... Achso, hä? Habe ich doch die Kiste. Bist du verwirrt? Ja, Geschenke. Okay, check, check, check. Äh, zack. Oh, das sind Crystals. Kristall-Mining-Kraft. Okay, was das bringt, werden wir vielleicht auch noch... Ich habe halt immer noch 10 Crystals. Die habe ich halt immer noch nicht gesammelt. Okay, Werkzeuge. Jetzt habe ich diesen Eimer. Ah, den habe ich auf dem Rucksack jetzt. Aber es werden, glaube ich, nicht alle angezeigt. Ah, okay, okay, check. Ich kann nur vier... Ja, doch, vier Equipen. Wenn ich das hier equippe, dann die equippe das andere. Okay. Das heißt, eins, zwei, drei und mit dem Rücken vier. Genau, da haben wir es verstanden. Check, check, check. Ach, Crystals sind diese Dinger hier. Die sind an der Oberfläche. Jetzt check ich das. Seid ihr mir aber ruhig... Was ist das hier? Ach, das ist, glaube ich, was wert. Das sind wertvollere Crystals hier. Geil, 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 geil. So, ähm, für mehr Crystals haben wir mehr Power. Und dafür... Okay, gibt's Pro-Kisten. Wow. So, wir können Tools außerdem kombinieren, um Shiny-Sachen zu bekommen. Habe ich aber nicht, tatsächlich. So, jetzt sollen wir eine Quest schaffen. Wo kann ich diese Quests öffnen? Ah, hier, diese Dinger. Dafür bekommen wir einen Divine-Reward. Schalte 20 Kisten frei. Heißt das, ich soll 20 Kisten öffnen? Da brauchen wir definitiv noch ein bisschen mehr, ey. Ich würde sagen, da wir ja jetzt eine Menge Gems brauchen, um eine Menge Kisten zu öffnen, für die Divine-Belohnung, kaufen wir uns hier erstmal Double Edelstein. Sechs Werkzeuge ausrüsten, ist definitiv auch nicht verkehrt. Doppelte Gems für 30 Minuten. Da gehen wir auch mal rein. Na klar. Das heißt, wir gehen hier runter, Leute. Oh, jo. Ich möchte nicht an die Mini-Spital nehmen. Ich bin hier noch am Farmen. Ja, wir sammeln geil Edelsteine. Das ist super. Und vielleicht schaffe ich das erste Mal sogar eine Runde. Aber ich meine, da brauche ich vielleicht noch... Ah, doch, vielleicht mehr Kristall-Mining-Kraft. Oder vielleicht ein besseres Werkzeug. Ja, 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 safe. Das wird nichts. Dann müssen wir nach oben. Verdammt, ey. Wir können jetzt die dritte Kiste. Okay, check, check, check. Dann machen wir das mal. Oh, was ist das denn? Das sind... Ich glaube, das sind Krallen für die Hände. Bitte was Gutes. Ich glaube, ich muss mir eh auch mal Lackbooster kaufen. Ich würde auch bessere Tools hier kriegen. Warte mal, die gehen wir direkt mal in den Shop. Oh, was ist das denn? Ist das ein Obux? Oh, nee, das ist diese Divine-Belohnung. Ah, oh, die will ich auf jeden Fall, Alter. Boah, 500 haben die Krallen. Aber warte mal, wir müssen in den Shop. Ich muss mir hier irgendwie Double-Lack kaufen oder so. Extra Glück, da haben wir es doch. Da geh mal rein. Ich will nämlich jetzt hier bessere Werkzeuge auch ziehen. Nicht immer diesen Quark. Insbesondere für die Divine-Kiste ist das dann wichtig. Ah, nee, sind alle 25 Prozent. Okay. So. Wir brauchen mehr Edelsteine. Wir müssen mehr Kisten öffnen. Und zwar eine Menge mehr. Alter, jetzt scheppere ich so durch, ne? Aber ob wir eine Runde schaffen, ich weiß nicht. Starter-Paket, was bringt mir das denn? Ja, das gibt mir ein paar Booster. Bisschen, bisschen Diamonds, ne? Für die Booster, würde ich sagen. Gehen wir mal rein, oder? Fortgeschrittes Starter-Paket. Da sehe ich mich doch. Wir müssen ja irgendwie die 5000 Robux ausgeben. Jetzt habe ich ja außerdem die Booster auch noch ein bisschen mehr gestackt. Ist stark. Boah, ey, wir können die beste Kiste öffnen hier. Nicht die beste, aber die beste in dieser Reihe zumindest. Und da ziehen wir episch die Save. Gut, ich habe doch die Booster nicht ohne Grund gekauft. Boah, das ist die 10%er, glaube ich, oder? Ja, 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 ja. Boah, die ist stark. 2700. So, wir müssen jetzt insgesamt noch 14 Kisten öffnen. Was Sinn macht, weil ich glaube, ich habe jede einmal geöffnet. Aber ich mache Sinn, diese hier zu spammen. Diese zu spammen, da kriege ich hier nur so Quatsch raus. Aber für 3000, die kann ich aktuell nicht so oft öffnen. Da wollen wir uns aber direkt auch mal dreifach öffnen. Da geht das Ganze nämlich ein bisschen Schneelehreni. Unendlich Speicher für Mining-Werkzeuge. Da weiß ich noch nicht genau, für was wir das brauchen. Was ich aber weiß, ist das, was man hier mit 7000 Kama durchspiedet. Guckt hier unten. Runde. Ach nee, doch keine Runde. Jetzt bin ich in der Mitte. Jetzt bin ich hier. Das ist der Erste quasi, checkt unten. Das ist der Zweite. Und die Mitte ist der Dritte. Und jetzt scheppere ich mich hier durch Uran oder so. Warte mal, wir können aber hier 5 Gems nehmen wir mitkosten. Na klar. Es gibt Rebirths? Ah, okay. Da muss ich jetzt die Bouncy World freischalten. Und ich denke, die schalte ich frei, indem ich mich einmal durchgrabe. Das haben wir aber statt jetzt noch nicht geschafft, Leute. Ja, okay. Macht keinen Sinn, jetzt hier noch zu warten. So, wir haben 5000. Da kann ich zumindest mal schon mal 10 Mal das Ding öffnen, ne? Reicht. Alter, das war so eine lange Animation. Ich glaube, ich brauche 100 Jahre, um die Dinger zu öffnen. Ach, automatisch muss ich auch kaufen? Nö, das sehe ich nicht ein. Wir müssen auch ein bisschen haushalten mit unseren Robux. Wir dürfen die hier nicht verschwenden. Okay, Leute, wir haben ein Problem. Wir können keine 3 mehr öffnen. Mein Inventar ist nämlich voll. Da gibt es doch bestimmt auch was für Robux. Was sonst das? Unnettlich Speicher für... Ah, das verstehe ich, was das bedeutet. Da gehen wir rein, würde ich sagen. Bumm. Und dann haben wir das Problem auch nicht mehr. So, wir brauchen noch 8 Kisten. Das heißt, 2400. Ah, das haben wir ganz knapp nicht, ne? Okay, das heißt, wir graben uns hier mal runter. Es geht so schnell, Junge. Es ist crazy. Wir haben genug, wir haben genug, wir haben genug. Zack. Ich bin so scharf auf dieses Divine-Ding. Hüpfende Welt. Ah, okay, da muss ich den Boden. Check, check, check. Hier, es gibt halt diese Kisten noch, ne? Aber da kümmern wir uns dann gleich drum. Erstmal kümmern wir uns um das Divine-Ding. Noch zwei weitere Baba-Botsen. So. Bevor wir aber das Divine ziehen, möchte ich gerne meine Werkzeuge... Es ist so lange weiß, Bruder. Leicht zu basteln. Was bedeutet das? Ah, das ist... Ah, da kriege ich schneller Shinies. Da brauche ich ein Item weniger. Kaufen wir... Von was habe ich denn jetzt viele? Wahrscheinlich von denen hier, ne? Ach, ich habe immer... Hä? Ich kann aus einem einen Shiny machen. Das habe ich mir gerade gekauft. Alter, was war das für eine Lache, Minibanks? Alter, du bist... Also, bitte... Also... Ähm... Da sind wir gut dabei. Äh... Okay, warte. Jetzt Divine, 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 Divine. Boah, göttliches Item. Ich habe es ja freigeschaltet. Ich habe ein so ein Ding. Das heißt, ich kann es einmal öffnen. Ja! Oh mein Gott, was kommt da jetzt raus? Oh, es ist ein Eimer. Es ist das unspektakulärste mit Abstand von allen. Eine Sense... Alter, es gibt hier auch so ein Fragezeichen-Ding, was man hitten kann. Oh mein Gott, Alter. Okay, bestes Ausrüsten. Okay, ich lösche mal hier diese Quatschsachen, ne? Ja, löschen bitte. Äh, löschen bitte. Oh, die Löffel... Die brauchen wir nun wirklich auch nicht mehr. Okay, mein schlechtestes Item hat jetzt 682. Wo ist mein Divine? Hä? Wo ist mein Eimer? Mein Eimer war zu schlecht? Ich glaube, ich habe den nicht bekommen, Leute. Da habe ich den gerade aus Versehen gelöscht. Ah! Okay. Zack, so, wir sind in der Mitte. Also jetzt, ich habe es so geupgradet. Ich habe 8000 Power. Jetzt muss ich es doch schaffen. Ja, ich komme immer noch schnell voran. Noch ist kein Problem. Problem ist mit der nächsten Schicht. Ja, die jetzt nämlich. Ja, da kommen wir nur noch ganz langsam voran. Alter, ist das schwer, Mann. Meine Mentars überhaupt nicht voll. Nervt mal dich. Ich glaube, wir müssen wirklich diesen Move hier pullen. Die böse Spitzhacke. Und das Geile ist, ich kann die direkt in Shiny machen. Bitte gönne gute jetzt. Aber auch bitte. Nicht so schlecht. Nicht die schlechteste. Uncommon Evil Pickaxe. Ja, okay. Werkzeug ist immer 100% so gut wie dein bestes Werkzeug. Das heißt, doppelt so gut. Ja, nee. Es ist einfach so gut wie mein bestes. Aber was ist, wenn wir das jetzt in... Ah, das können wir nicht Shiny machen. Okay, schade, schade, schade. Na gut. Ja, es ist immer so stark wie mein stärkstes. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe und hier beispielsweise das 5000er kaufe. Okay, jetzt haben wir diese Sense. Diese Sense kann ich aber natürlich direkt in Shiny scheppern. Ungültiges Item. Hä? Habe ich die jetzt... Ah, die ist Shiny. Okay. Ja, es ist die nämlich auch 10.000. Boah, das ist geil. Jetzt haben wir die Macht so erhöht. Ich würde sogar sagen, fast verdreifacht. Also jetzt müssen wir doch... Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Oh mein Gott, ey. Und wir sind bei der mittleren Spur. Wir sind bei der Mitte der mittleren Spur. Und... Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, wir kommen in die nächste Welt, glaube ich. Safe, 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 safe. Oh, schepper, schepper, schepper. Los, los, los. Da kann ich auch direkt ein Rebirth rocken. Ah, und... Ich bin... Ach nee, oben, Mitte, unten. Ich bin noch lange nicht unten. Ich hab die... Ich hab das falsch gelesen. Ah, Mann, ey. Okay, zurück nach oben. Verdammt. Ähm, ich muss mir diese Kristalle einsammeln, weil die geben mir auch... Ja, okay, nee, warte mal. Bringt fast nix. Ich denke, die beiden Sachen werden zusammengezählt und das ergibt dann meine Abbaumachen. Der Unterschied ist aber, dass das halt werkzeugabhängig ist und das hab ich halt einfach für immer. Das heißt, das ist eigentlich ganz geil, wenn man das ein bisschen einsammelt, aber ja. Besseres Werkzeug ist hier dringend erforderlich. Wir brauchen 15.000 Münzen. Dann verbessern sich nämlich zwei Spitzhacken bei uns. Das ist immer ganz geil. Das heißt, wir gehen mal hier rein, bis wir 15.000 haben. Das dürfte ja eigentlich nicht lange dauern. Hammer. Warte mal. Index. Das ist auch wichtig, nämlich. Ich hab den nämlich voll. Immer, je mehr Sachen du ziehst, dann schaltest du hier im Index was frei. Und jetzt haben wir nämlich die Lackdinger hier, aber... Oh, Mann, ich hab so viel. Jetzt hab ich einfach diese Booster erhöht. Die hab ich jetzt 170 Minuten. Das sind drei Stunden. Nein, ich hab drei Stunden Booster. Das ist krank. Okay, wir können den jetzt hier kaufen. Let's go. Den haben wir direkt in Shiny auch gebastelt. Und der hat jetzt 29.000. Alter. Jetzt hab ich insgesamt 77.000. Das muss doch jetzt reichen. Das muss doch jetzt ja auch langsam mal ein Ende haben. So. Erste Bahn erreicht. Zweite Bahn. Geschafft. Dritte Bahn. Ich hab so einen Rückstoß gehabt. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Okay, wir sind bei der Hälfte der letzten Bahn. Wir bauen hier irgendwie Quarz ab. Das sieht mir sehr nach Nethercruz-microft-mäßig aus. Okay, jetzt kommen wir aber nicht mehr voran. Alter. Okay, wir haben aber ein Geschenk. Einen epischen Löffel. Ich vermute, der ist komplett Arsch. Der ist über Arsch. Die lösche ich direkt. Wir brauchen für die nächste Kiste. 25.000. Das ist die, die wir gerade geöffnet haben, oder? Nee, warte mal. Ist es nicht. Wir haben das hier geöffnet. Okay, dann können wir das hier öffnen. Let's go. Ich kann schon immer gucken, was ich gezogen habe. Hier nehme ich. Hey, episch. Oh, den basteln wir direkt. Episch ist gut, glaube ich, oder? Okay, wir haben den 10%er und den in Shiny. Oh mein Gott. Der hat 105.000. Jetzt muss es doch klappen, Leute. Das kann doch alles nicht wahr sein. Nächstes Gebiet. Erste geschafft. Es laggt. Ich bin zu schnell, glaube ich. Okay, zweite. Zweite geschafft. Dritte. Dritte zur Hälfte. Und wir scheppern weiter, 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 weiter. Wir haben zwei Drittel. 70%. Aber jetzt geht es langsam. Aber es geht noch. Na, 2% nur. Okay, ich mache die einen Gems noch voll auf 100. Dann habe ich eh 50.000. Dann kann ich mir das Beste kaufen. Dann muss ich es aber schaffen. Nice. Drück mal rum. So, jetzt kaufe ich die 50.000er. Es ist schwer, Leute, das erste Gebiet. Ich sage ehrlich. Oh mein Gott, Alter. Das sind Flammenwerfer? Welchen haben wir gezogen? Ungewöhnlich und voll schlechten. Boah, 244.000. Der ist nochmal so viel besser. Alter Schwede, jetzt muss es. Okay, scheppern. Erste geschafft. Zweite geschafft. Dritte Hälfte. Ja, 70%. 80%. 90%. Okay, wenn das auf 100 ist, haben wir es geschafft. Und das schaffen wir auf jeden Fall. Wir gehen mit Zweierschritten. Boah. Okay, geil, 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 geil. Aber es hat wirklich gedauert, ey. Wir mussten uns wirklich auf 640.000 Power hocharbeiten. Zack. Du hast eine neue Welt freigeschaltet. Die Bouncy World. Okay. Gehen wir mal hier rein, ey. Boah. Wow, wow, wow. Das ist ja... Okay, ich kriege viel mehr dieser Gems jetzt. Also viel, viel mehr. Das ist, also das boostet extremst. Ah, 20 Kisten wieder fre... Oh, was? Okay, 20 Kisten öffnen können ja gar nicht eigentlich so schwer sagen. Es gibt wieder... Was gibt da die Pro-Kisten und die Stardarkisten? 150.000 für den Wachsmallstift. Das ist aber ein teurer Spaß. Dann gehen wir mal hier runter. Ich bin mal gespannt, was meine Spitzakitze drauf hat. Ja, erste Schicht. Schade, jetzt geht's langsam nur noch. Okay, schade. 300.000. Kann ich damit... Damit kann ich doch ziemlich sicher hier schon... Oh, die hier sogar. Lego-Steine. Bam, die überspringen die erste. Aber die muss ich ja jetzt direkt shiny machen. Den Automaten hab ich ja gar nicht hier. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Oh, eine Million. Oh mein Gott, ey. Ja, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen schneller aus. Weil dann werden wir hier graben. Können wir ja nicht mal... Okay, 100.000.000 Edelsteine. Ein Werkzeug-Slot. Boah, eine Aura und eine Edelstein-Bust. Boah, du wirst da in exklusiv begrenzenden Werkzeug erhalten. Das ist diese schwache Aura hier. Okay, aber 100.000.000 ist eine Menge. Weil das Höchste, was ich hatte, hab ich jetzt. Und das ist nicht mal eine halbe Million. Ganz schön teuer, ey. Ich kaufe mal VIP noch. Ich denke, VIP könnte OP sein. Aus diesem Kristall-Mining-Grund nämlich. VIP-Bereich war hier nämlich. Und da sind diese Überkristalle. Schaut euch das mal an. Boah. Wir gucken, 65.000, ne? Das geht direkt in meine Macht rein. Verdoppelt. Boah, verdreifacht. Hier, das ist krass. Das macht halt von der Gesamtstärke jetzt nicht so viel aus. Aber ich denke, so gerade langfristig betrachtet, auch für die nächsten Gebiete, die Kristalle werden ja immer mächtiger. Dann ist das schon nicht verkehrt, ey. Dass man... Ah, wobei, doch. Das macht schon übel was aus. Von 3,2 Millionen sind 500.000 diese Kristalle hier. Ja, doch, doch, doch. Boah. 600.000 mach ich noch voll. So viel Zeit muss sein. Alter, 600. Boah, hä? Okay, das ist crazy. Ähm, gut. Wir haben eine Million. Das heißt, ich glaube, wir können... 15 Millionen. Ach, das sind die Pro-Kisten. Warte, wir müssen da hin. Und wir werden nicht drumherum kommen, das Ding jetzt hier auch in... Das Ding jetzt hier auch in Shiny zu machen. Das ist auf jeden Fall ein nicht so guter Piraten-Säbel. Ich kaufe, glaube ich, drei Dinger hier nochmal. Weil dann habe ich... Da muss ich immer nur ein Tool haben und mein ganzes Team verbessert. Oha, wie geil das aussieht. Das ist, glaube ich, klüger. Vielleicht kriege ich sogar was Besseres noch. Einmal... Alter, die ist voll schlecht, Mann. Dreimal die schlechteste. Was ist das denn? Oha, Alter, guck mal, wie ich jetzt aussehe. Aber mir fehlt aber noch eine, oder? Das ist mein Stamm-Tool. Dann 1, 2, 3, 4... Ja, eine fehlt mir noch. Wir brauchen eine weitere. Eine weitere. Eine noch. Oha, rare. Warte mal. Ist das die, die wir schnappen? Nee, das... Oh, die gibt 110%. Oha, jo. So, jetzt habe ich nur diese Hämmer und mein eines Teil, was ich halt brauche, ne? Bist du der echte? Nö, true. Also wir sind... Also ich habe jetzt so einen Boost hingelegt. Ich bin jetzt auf 23 Millionen. Da muss doch jetzt hier vielleicht sogar die nächste Dimension schon gehen. Wir gucken mal. So. So, erste Welle geschafft. Zweite Welle. Wir sind bei der Hälfte. Und... Geschafft. Dritte. Aber hier geht es jetzt ein bisschen langsam voran. Ich merke das schon. Da gehen wir zurück, Leute. Das macht keinen Sinn. Pro-Kisten. Da muss ich mir doch jetzt was kaufen können. Ich habe 1,9 Millionen. Gerade so. Das ist kriminell. Ich habe jetzt aber eigentlich keine Lust, die Shiny zu machen. Ungewöhnlich. So ein Morgenstern. 5 Millionen und die davor. Okay, fast doppelt so gut. Obwohl es nicht mal Shiny ist. Okay, let's go. Es ist ja nicht nur meine eine Spitzhacke jetzt doppelt so gut. Es sind ja alle Spitzhacken jetzt besser geworden. Das ist halt das Krass. Also nicht ganz doppelt so viel, aber fast. Und das merkt man auch hier instant. Wir sind direkt bei der dritten Bahn. Aber 1,8 Millionen, das reicht nicht. Das ist zu wenig. Wir sind schon sehr, sehr teuer, diese anderen Kisten. Wir gehen da rein. Und Shiny direkt. Also es ist schon wichtig, dass wir die in Shiny machen. Weil dadurch sind halt alle direkt besser. Guck mal, die hat jetzt 11 Millionen gerundet. Ah, guck mal, ey. Boah, doppelt so gut. Jetzt habe ich 54 Millionen. Das muss doch reichen. Okay, wir sind Ende, zweite Bahn. Dritte Bahn. Passt Mitte, dritte Bahn. Mitte, dritte Bahn. Aber jetzt geht es langsam. Jetzt geht es langsam. Ah, Mann, 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 Mann. Können wir aber diesen Mini-Rennen mitmachen? Vielleicht können wir da ja mal irgendwie eine fette Belohnung holen. Ich habe Ja gedrückt, aber es ist nichts passiert. Okay, vielleicht. Ah, ja, ich checke. Oh, was ist das hier denn? Okay. Ah! Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich gut bin. Da stehen die Zahlen. Ich bin blau, glaube ich. Ja, okay, ich gebe ihn easy. Immer, wenn das den Dings berührt, resettelt sich das. Oh, mein Gott. Oh, ich fühle aber gar nicht so krass. Der Grüne hat 30. Das würde mal schnell auch. Ja, das sollte er nicht mehr aufholen, oder? Soll ich jetzt nicht faile? Ja, okay, jetzt setze ich mich komplett ab. Aber der Rote holt auf. Warum ist der Grüne so groß? Manchmal werden die so groß. Das werde ich nicht. Hier, guck mal. Ich checke nicht, ob ich gewinne, habe ich gesagt. Ich würde sagen, schon. Aber ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Aber ich glaube, das ist etwas Schlechtes, wenn man hochwächst. Das heißt, man hat mehrmals verkackt. Boah, jetzt ist das nicht ganz schön schwer, ne? Wir haben gewonnen, glaube ich, oder? Ja, ich habe 160. Ja, ich denke schon, dass ich gewonnen habe, oder? Safe. Aber hat mir das jetzt was gebracht? Keine Ahnung. Irgendwie nicht so viel. Okay, wir haben 8 Millionen. Das ist die Grenze, die wir brauchen für die nächste... Schon wieder ein Rennen, ey. So. Oh mein Gott, ich wurde K.O. gehauen von dem Arme Ahnung. Das Ziel hat auch so schlechte sein, obwohl ich so viel Glücksbooster habe, ne? Ungewöhnlich, was soll das sein? Mal Shiny... Also ich kann mal gucken, was Shiny überhaupt bringt. Der hat jetzt 11 Millionen. Wir machen hier einen Shiny. Und der hat jetzt... Ja, okay, es bringt jetzt nicht so giga... Also, ja, 10... 15 Prozent, ich denke, so 15 Prozent ungefähr. Wir haben 74.600.000, das heißt 74,6. Sporges wird das reichen. Ich kann ja noch mal ein bisschen erhöhen. Da gehen wir vielleicht mal hoch rauf. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell 100 Millionen wird. Ein bisschen zu lange dauern. Aber vielleicht so... Okay, das bringt ja fast nichts. Das bringt nichts. Guck euch das mal an. Ich dachte, das ist OP, aber das ist gar nicht OP. Die Zahl steigt fast gar nicht hier oben, meine Gesamtstärke. Das ist ja... Das ist ja erwerblich. Ja, das wird jetzt jetzt eine Million mit den Kristallen vollmachen oder so. Das sieht dann wenigstens oben schön aus. Aber wirklich was bringen, tut es jetzt hier leider nichts ab. Und wir graben uns runter. Mal sehen, ob wir es schaffen. Stage 1 geschafft. Stage 2 geschafft. Stage 3. Ich hänge, ich hänge. Ich bin schon viel weiter. Ja, oh! Ja, über die Hälfte jetzt schon. Aber jetzt geht es nur noch langsam voran. Ah, Mann ey. Ja, man merkt auch, dass ich immer langsamer zuschlage. Das war es eben rum. Ja, da brauche ich tatsächlich die stärkste Kiste anscheinend. Sonst komme ich hier nicht rum, ey. 15 Millionen. Aber boah. Oder ich versuche hier eine bessere zu ziehen. Ich habe ja gezogen den. Ungewöhnlichen, glaube ich, ne? Was ist der hier? Boah, aber 8 Millionen ist auch teuer, ne? 15 Millionen, okay. 15 Millionen. Öffnen. Los. Und jetzt was gut ist. Ah, ungewöhnlich. Mann. Warte. Die Animation ist so lang, Alter. Das ist echt crazy. Äh, besten ausrüsten. So. 100 von denen. Wir sind, okay, warte mal. 161 Millionen. Die darf... Was ist das für eine Steigerung? Ich bin von 14 Millionen auf 161 Millionen. Ich habe eine Milliarde jetzt fast Power. Hä? Das ist doch ein Tippfehler von dem. Ich scheppere da jetzt ja... Hä? Ist das... Also das kann... Das hat gar keinen Sinn, oder? Ob das so OP... Und ich denke, ich sollte das jetzt relativ easy schaffen. Weil ich scheppere hier wirklich durch, Alter. Das ist crazy. Und wir haben es geschafft. Okay. Süßigkeiten. Let's go. Oh, dieses letzte ist so unfassbar stark. Was gibt es hier? Es gibt eine neue Divine Chess mit wahrscheinlich neuen Divine Items. Oh, ja, ja, okay. Es gibt ein neues Gebiet natürlich. Nee. Es gibt wieder insgesamt acht Spitzhacken. Und es gibt einen neuen VIP-Bereich. Oh, guckt euch das an. 100 Millionen vollgemacht auf ganz entspannter Basis. Aber es wird halt trotzdem nicht so entscheidend sein. Die Werkzeuge hier komplett krank sein werden. 25 Millionen leider das günstigste. Das heißt, wir müssen hier erstmal in The Farmerama rein. Krass. Ich bin tatsächlich komplett kacke, ey. Wollte ich das machen? Wie soll ich denn so 25 Millionen verdienen? Ich bin jetzt nochmal in das Gebiet davor, damit ich irgendwie dieses Geld verdient bekomme. Weil sonst hätte ich 1000 Jahre gebraucht. Hier geht's. Aber es dauert auch schon ein bisschen. 25 Millionen ist schon wirklich teuer. Okay, zurück. Max möchte handeln. Boah. Ja doch, ich kann Ihnen irgendwas Lustiges geben. Hier hast du da. Zack, 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 zack. So, hier. Boah, bitteschön. Da kriegst du deinen ganzen Kram, ey. Da macht er schneller bereit, als er alles sagen kann, ey. Das bringt dir nämlich, glaube ich, eine Menge. So, aber die Sachen brauche ich sowieso nicht. Äh, Candy World habe ich freigeschaltet. Das ist seit 1000 Jahren doch schon. Ey, ich bin zweimal zurückgegangen. Ich bin ja komplett falsch wert. Nach diesem ganzen Aufwand kann ich mir jetzt wirklich die billigste Dings hier kaufen, ey. Ein selten, äh, Löffel? 900 Millionen und das Item davor hatte 160. Alter, wir haben 5,2 Milliarden. Das ist so eine riesige Steigerung. Von 1 Milliarde auf 5 Milliarden. Fünfmal so stark jetzt. Jetzt sollte das hier kein Problem mehr sein. Ja, es ist aber immer noch, boah, immer noch, ja, es ist eigentlich immer noch voll schlecht, ne? Kann ich wahr sein? Ich bin, ich hab, wie viel hab ich? Ich hab 5 Millionen Macht. Der nächste auf dem Server gerade nach 300 Millionen. Das ist ja nix. Und verdient ja auch kaum Geld. Das ist Kogger alles, ey. Könnten die einen Shiny nochmal machen. Hm, andere Option sehe ich jetzt hier gerade nicht. Was kann der Gude, ey? Jetzt hat der, okay, sind wir auf 6,5. Insgesamt 6,7. Das bringt natürlich immer noch nicht so viel irgendwie, ne? Endlich 60 Millionen. Alter, ich hab so lange dafür gefarmt. Das ist übel schwer, das Level. Das ist wieder was Gutes, ey. Oh, wieso kipp ich denn immer um? Mir geht's nicht gut. Gut, ungewöhnlich. Ich hab auch alle Glücksbooster gekauft, die es hier in diesem Spiel gibt. Und das ist alles Quark mit Soos. Ja, die geht tatsächlich. Ich dachte zuerst, äh, aber ist eigentlich noch, also, ja, gut, ist viermal so stark. Also, wenn ich die jetzt sogar nochmal in Shiny-Klaratsche, dann ist die wahrscheinlich fünfmal so stark. Lass mich das mal auschecken. Äh, boop. So, die hat jetzt 4,9 bekommen von 1,1. Ja, die ist ungefähr, ja, so viereinhalbmal so stark. Wir haben jetzt insgesamt eine Macht von 28 B. Okay. Mal gucken, wie weit wir damit kommen, ey. Aber es ist sehr, sehr schwer hier, die Süßigkeitenwelt. Also, das sieht an die Ranglisten, wie es ja auch das Stärkste. Was haben die für Währung? N? Alter, wie denn N? Da muss es irgendwie ein OP-Event mal gegeben haben. Weil, Alter, N war über so. Ich komm ja gar nicht vorangefühlt. Ich hocke hier noch bei B. 30 B hab ich. Und jetzt geht's ja auch nicht weiter für mich an der Stelle. Ah, Mann, Leute. Das ist, äh, irgendwie sehr schwer. Wenn ihr wollt, dass wir einen weiteren Part hier grinden, dann flanken wir mal den Like-Button. Würde mich natürlich unendlich freuen. Vergesst nicht auf, das Video jetzt zu klicken. Denn dann kommt ihr direkt zum nächsten Benzorn-Video. Und dann sehen wir uns dann gleich dort, würde ich sagen, oder? Haut rein, euer Benzorn. Ciao.